Jeder kennt es, jeder nutzt es, aber was genau ist Geld eigentlich? Die einfachste Erklärung wäre es als Tauschmedium für Güter zu bezeichnen. Aber welche Qualität benötigt es, um als solches zu taugen? Wenn wir in der Geschichte der Menschheit zurückgehen, können wir beobachten, dass viele Güter als Geld benutzt wurden. Seien es Muscheln, Vieh, Pelze, Salz oder Getreide. Diese hatten vor allem eine Eigenschaft. Sie waren knapp und wurden fast überall als Handelsgüter akzeptiert. Daraus lässt sich schließen, dass Geld auch nachgefragt werden muss. Über den Verlauf der Geschichte kristallisierten sich dann Edelmetalle als die am weitesten akzeptierte Währung heraus. Aufgrund ihrer physikalischen Merkmale bringen Edelmetalle, wie zum Beispiel Gold oder Silber, dann noch weitere Eigenschaften mit sich. Sie sind zum einen homogen. Eine Goldmünze mit 99,9%iger Reinheit ist identisch mit einer anderen Münze derselben Reinheit. Edelmetalle sind auch chemisch gut als Geld geeignet, da sie nicht rosten oder korrodieren, was sie sehr haltbar macht. Außerdem kann man sie einschmelzen und prägen, was sie wiederum teil- und formbar macht. Die nächste Eigenschaft ist auf das natürliche Vorkommen von Gold und Silber zurückzuführen. Da viel Erz benötigt wird, um eine bestimmte Menge Gold und Silber herzustellen, ist das Angebot begrenzt. Dies führt nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage zu einem hohen Marktpreis. Dadurch kann eine kleine Menge Gold eine große Menge an anderen Gütern kaufen, was uns zu unserer letzten Eigenschaft führt, Transportierbarkeit. Wenn wir nun weiter in der Weltgeschichte vorangehen, werden wir beobachten, dass Menschen irgendwann ihr Geld zur Sicherung bei Dienstleistern lagerten. Die Banken waren entstanden. Um einen Anspruch auf das eingelagerte Gold und Silber zu dokumentieren, wurden Besitzurkunden von den Banken ausgegeben. Mit diesen konnten die Menschen auch untereinander handeln. Dies ist der Ursprung des modernen Geldscheins. Viele der Namen, heutige Papiergeldwährungen, stammen von diesem System ab. Dollar beispielsweise kommen vom deutschen Wort Thaler, welche später während der spanischen Besatzung der Niederlande im 14. Jahrhundert zuerst in Dollaro, dann später in den Kolonien Nordamerikas letztendlich zu Dollar abgewandelt wurde. Natürlich sind US-Dollar, Euro, Fund Sterling und andere von Zentralbanken ausgegebenen Scheine und Münzen von diesem ursprünglichen gedeckten Geldsystem weit entfernt. In Deutschland beispielsweise wurde die Mark 1914, also zu Beginn des Ersten Weltkrieges, vom Goldstandard entkoppelt. Nach dieser Zeit wurden von deutschen Staatsbanken auch keine Gold- oder Silbermünzen mehr geprägt. In den USA wurde der Goldstandard noch bis 1971 weitergeführt, bis Präsident Nixon ihn auch dort abschaffte. Das somit neue, vom Staat produzierte und ungedeckte Geld nennt man Fiat-Geld. Das hat aber nichts mit einem italienischen Autobauer zu tun, sondern kommt vom lateinischen Begriff Fiat, also werden lassen. Es erhält seinen scheinbaren Wert nur durch ein Versprechen der Regierung, welches ihm diesen Wert zuschreibt. Weil es nicht mehr gedeckt ist, kann eine Zentralbank Geld aus dem Nichts erschaffen, indem neue Geldscheine gedruckt oder digital erzeugt werden. Das hat zur Folge, dass die Menge des angebotenen Geldes steigen kann und es somit an Wert verliert. Dies nennt man Inflation. Natürlich hat dieses Geld für einen Staat Vorteile, da sehr teure Unterfangen bezahlt werden können. Kriege, Sabotage und Misswirtschaft werden also durch dieses System zu den Kosten des einfachen Bürgers und dessen Ersparnissen finanziert. Wir fassen zusammen. Geld ist nicht beliebig vermehrbar, homogen, teilbar, haltbar und transportabel. Abschließend lässt sich also sagen, dass Währungen wie Euro und Dollar für Bürger und Unternehmer eher nachteilig sind, aber dem Staat große Vorteile bieten. Wir Libertäre sprechen uns daher für einen freien Währungsmarkt aus, bei dem die Handelspartner selbst bestimmen können, welches Geld sie benutzen. Wir Libertäre sprechen uns daher für einen freien Währungsmarkt.